Mein Bärchen, sagt Mama Bär, jetzt musst du endlich anfangen, nach dem Essen deine Zähne zu putzen. Schau, ich habe dir eine Kinderzahnbürste und Kinderzahncreme besorgt. Au ja, sagt der kleine Bär. Schau, hier drückt man etwas aus der Tube auf die Bürste, sagt Mama Bär. Selber machen, sagt der kleine Bär entschlossen. Vorsicht, Vorsicht, sagt Mama Bär. Aber es ist schon passiert, eine lange Schlange Zahncreme hängt von der Zahnbürste. Ganz wenig, sagt Mama Bär. So, jetzt nass machen und im Mund immer hin und her bürsten, auch die hinteren Zähne.